Herr Teneff, der OWL Maschinenbau e.V. hat von Anfang an die FNB unterstützt und die Idee einer Forummesse weitergetragen. Wie sehen Sie nun neue Ausrichtungen der Messe von der Region OWL bis hin zu der Messe für den Maschinenbau in NRW oder ganz Norddeutschland? Also wir hatten heute ja bei der Pressekonferenz auch dieses Thema schon mal angeschnitten. Und was für uns einfach wichtig ist, dass es hier keinen Vergleich gibt zum Beispiel zu der Hannover Messe, sondern dies ist wirklich eine Messe, auf der man sich trifft, auf der man ins Gespräch kommt. Und diese Messe ist unheimlich wichtig für den kleinen Mittelstand, mit Zulieferanten ins Gespräch zu kommen, um Lösungen gemeinsam zu erarbeiten für den deutschen und hier ostwestfälisch-lippischen Maschinenbau. Wo sehen Sie die Stärken der Messe? So wie ich schon gerade gesagt habe, die Stärken sind wirklich da, dass miteinander gesprochen wird. Das ist ganz wichtig. Es fällt den ostwestfälischen Lippern, sage ich manchmal so, fällt das oft schwer. Das Sprechen ist nicht unbedingt so die starke Seite. Aber es ist wichtig hier und wir merken, dass wir auch über die Netzwerke wie OWL Maschinenbau, wenn wir ins Gespräch kommen, wird etwas angeschoben und werden auch Erfolge eingefahren.